Hallo ihr Lieben, da bin ich. Ihr habt ja vielleicht schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr in meinem Vortrag gehört. Ich möchte euch ganz einfache Beispiele, die man umsetzen kann, darstellen, wie ich am besten möglichst nachhaltig leben kann. Und es gibt für mich so ein paar Grundsätze, an die ich mich immer halte, beziehungsweise die ich so beachte. Und ihr könnt ja auch im Hintergrund sehen, das ist einmal vermeiden, reduzieren, wiederverwerten, reparieren, recyceln und kompostieren. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, hey, warum ist das andere so klein oder warum wird es immer kleiner? Weil ich denke, dass es wichtig ist, das ganz große allererste Topic ist einfach vermeiden. Also sprich, ich versuche nicht nur zu recyceln und zu reparieren, sondern einfach wirklich zu vermeiden. Das ist der erste Schritt, weil damit kann ich am meisten Effekt erzielen. Und ich werde diesmal ein bisschen anders zu den zwei Vorträgen, die ich im letzten und vorletzten Jahr gehalten habe, mich mit den Bereichen Hygienereinigung und rund um die Ernährung hauptsächlich beschäftigen. Also im Meta würde ich sagen, es geht um das Konsumieren, weil ja eben gerade der größte Topic ist, vermeiden. Also bei der Hygiene und bei der Reinigung geht es mir erstmal darum zu verstehen, dass die meisten Produkte, die wir momentan als Hygiene- und Reinigungsprodukte kaufen können, im Haushalt eigentlich so nicht benötigt werden. Das muss man mal ganz klar sagen. Mal abgesehen davon, dass die Bestandteile, die in den Mitteln enthalten sind, oftmals nicht notwendig sind, unsere Umwelt verschmutzen und nachhaltig belasten. Ich sage nur Mikroplastik, mehr sage ich dazu gar nicht. Natürlich habt ihr dann auch noch die Umverpackungen, also sprich Shampoos und Duschgels etc. sind einfach in irgendwelchen Plastikverpackungen drin, auch wenn jetzt, wie ich zugeben muss, mittlerweile es schon Recyclingpackungen gibt, wobei ich mir dann immer die Frage stelle, was ist mit diesen Verpackungen, die ich da bekomme, die schon recycelt sind, kann man die nochmal recyceln, sind das Verbundstoffe, was sind das für Stoffe, sind die ordentlich gekennzeichnet etc. Und genau um sowas nochmal nicht genauer angucken zu müssen und sich damit genauer beschäftigen zu müssen, ist mein Ziel immer zu vermeiden. Sprich, ich habe einfach angefangen mit verschiedenen anderen Substanzen, die sehr einfacher abzubauen sind in der Umwelt oder einfacher abzubauen sind in der Umwelt und die schon immer existieren, um einfach zu experimentieren. Und habe dann festgestellt, dass im Prinzip nur ein paar wenige Mittel benötigt werden. Also sprich, Seife, Essigessenz, Zitronensäurepulver, Natron und Soda. Wobei mit Natron eben am besten verkrustete Speisereste entfernt werden können aus Töpfen. Zum Beispiel muss man natürlich ein paar Tage Zeit haben und das einweichen. Und mit Soda meine ich Natriumkarbonat, also Waschsoda. Was für mich zum Beispiel noch wichtig ist, dass ich versuche, diese Mittel eben nicht in irgendwelchen Unverpackungen zu kaufen, sondern sie eben unverpackt zu kaufen. Also sprich, entweder ich kaufe sie in großen Mengen oder ich kaufe sie nur in den Mengen, in denen ich sie brauche und in Unverpacktläden. Es gibt natürlich Sachen, die, ihr werdet es merken, sich nicht so einfach reinigen lassen und etwas zeitaufwendiger sind. Da kann ich nur sagen, dass es vielleicht sinnvoll ist, sich ein Badreiniger-Konzentrat zum Beispiel aus dem Unverpacktladen zu holen. Es gibt mittlerweile auch Supermärkte, die unverpackt Stationen haben, wo es sowas eben auch zum Abfüllen gibt. Oder man kauft sich halt einen Badreiniger irgendwie aus dem Laden und benutzt den dann halt etwas länger und verdünnt den zum Beispiel. Was als guter Ersatz für zum Beispiel Scheuermilch im Küchenspülbecken geeignet ist, sind Kartoffelschalen. Und jetzt wird natürlich manche sagen, ja, aber die Kartoffelschalen, die kann ich doch noch benutzen, um irgendwie irgendwelche Chips draus zu machen. Dann sage ich, naja, wenn du Kartoffelschalen hast, die schon ein bisschen älter sind oder die nicht mehr so gut aussehen oder wo du sehr viel wegschneiden musst, was man nicht mehr essen kann, dann sind genau solche Kartoffelschalen hervorragend geeignet. Das ist einfach ein Ersatz für die Scheuermilch, die man normalerweise benutzt. Und da ist Stärke enthalten. Und ich muss sagen, das Spülbecken wird super top sauber damit. Einfach mit den Kartoffelschalen, die ich dann benutze, um das sauber zu machen. Und jetzt mal ins Bad schwenkend, gibt es natürlich im Bad, gerade jetzt hier bei mir in Berlin, das Problem, dass das Wasser sehr kalkhaltig ist und ich ständig irgendwelche Kalkablagerungen habe. Und vor allen Dingen in der Toilette Urinstein. Die kann man sehr gut mit Zitronensäurepulver entfernen. Das wird einfach vorher ein bisschen nass gemacht, Zitronensäurepulver aufgebracht in ganz wenigen Mengen und einweichen lassen für eine Weile. Nochmal mit der Bürste nachgehen und dann einfach wegspülen. Also ich habe damit bis jetzt jeden Kalkablagerung wegbekommen. Das kann ich natürlich, ich empfehle es, nur für Keramik verwenden. Ich würde es jetzt nicht für die Küchenspüle verwenden und ich würde es auch nicht für Plastik verwenden, weil es einfach extrem angreift. Dann, was ich sonst noch mache, ist einfach Essigessenz verdünnt oder eben auch unverdünnt zu benutzen. Also sprich, ich nehme eine alte Sprühflasche und fülle mir dann ein bisschen Essigessenz ein, verdünne die dementsprechend, je nachdem, für was ich es einsetzen möchte, zum Beispiel um das Waschbecken zu putzen oder um die Badewanne zu reinigen. Genau das Gleiche mache ich dann in der Küche zum Beispiel auch mit Soda, dass ich mir eben so eine Sprühflasche hole und ein bisschen Soda in Wasser auflöse. Das muss man leider immer wieder mal aufschütteln, aber das hält sehr gut und das eben benutze, um die Flächen rundherum zu reinigen. Das kann manchmal ein bisschen dauern und ich muss es auch einweichen. Also wenn ich zum Beispiel Töpfe habe, die Edelstahltöpfe, die stark mit Essensresten verklebt sind etc., dann kann das schon mal dauern und ich muss eventuell auch das Sodawasser nochmal aufkochen, um das wegzukriegen. So, dann das Nächste ist Kleidung waschen. Also bei den Waschmitteln habe ich ziemlich viel ausprobiert und muss sagen, dass ich tatsächlich die guten Ergebnisse erzählt habe mit Seifenkrautwaschmittel. Das kann man fertig zum Beispiel im 5-Liter-Kanister kaufen und den 5-Liter-Kanister kann man dann hinterher für Wasser oder sonstige Sachen verwenden. Ansonsten kann ich sehr gut Efeu empfehlen. Efeu, kleingeschnitten, einfach in kleine Waschsäckchen oder in kleine Baumwollsäckchen packen und das gut zuschnüren und dann mit in die Wäsche geben. Also das ist wirklich ein super Mittel und funktioniert hervorragend. Also ich würde immer so vorschlagen, so 10 bis 15 Blätter zu nehmen, die dunkelgrünen, weil die einfach mehr Saponine enthalten. Es gibt noch ganz oft die Anleitung für Kastanienwaschmittel und das ist zum Beispiel für mich nicht so geeignet, weil es A, sehr kurz haltbar ist. Also es ist nur drei Tage oder so haltbar und manchmal auch länger. Und bei mir ist es so, wenn ich arbeite und die Kinder versorge, dann habe ich manchmal dann einfach keine Zeit mehr, um zu waschen. Dann steht es ewig im Kühlschrank und dann ist es hin. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Deswegen kann ich halt Efeu und Seifenkrautwaschmittel sehr empfehlen. Was ihr wahrscheinlich einwenden werdet ist, ja, was ist denn mit den Flecken? Und wir machen es tatsächlich so, dass wir grobe Flecken und große Flecken mit Gallseife vorbehandeln. Also dann kommt der Schwung zu dem Thema Seife. Das ist so der erste Punkt, wo wir Seife einsetzen. Ich kaufe einfach ein Stück Gallseife. Gallseife, das gibt es im Pappumkarton, was jetzt auch nicht so der Brüller ist, aber es gibt es auch im Unverpacktladen ohne Umkarton. Und Gallseife, muss ich sagen, wenn man das gut benutzt, also sprich Flecken vorher vorbehandelt, indem man die Wäsche an der Stelle nass macht und dann mit der Gallseife drüber geht und das einwirken lässt, dann habe ich bis jetzt alle Flecken rausbekommen, auch Blutflecken. So, dann was, wieder zurück ins Bad, wenn ich jetzt gehe, muss ich sagen, zur Hygiene. Das war für mich zumindest ein ziemlich langer Prozess und auch, glaube ich, ein ziemlich krasser Schritt dann, wenn man es gewöhnt ist, dass man einfach Shampooflaschen kauft und die halt mal wieder neu kauft und guckt, ach, ich nehme mal das Shampoo, nicht mein Jüngers Shampoo. Ich muss dazu sagen, dass halt viele Duschgele und auch so Peelings und solche Sachen Mikroplastik enthalten, was natürlich nicht so der Brüller ist. Und auch noch Tenside und Silikone und was weiß ich, weiß alles. Und ich habe dann einfach irgendwann angefangen, tatsächlich für alles nur noch Seife zu benutzen. Am Anfang habe ich gedacht, okay, ich muss hier für die Haare eine spezielle Seife kaufen, ich muss für die Haut eine spezielle Seife kaufen, für die Hände eine spezielle Seife kaufen. Das muss eigentlich gar nicht sein. Also was eher wichtig ist, ist darauf zu achten, was habt ihr für eine Haut und was braucht eure Haut. Also ist die Haut eher trocken, braucht es eine eher fettigere Seife mit mehr Ölen drin. Ich würde an dem Punkt tatsächlich immer eine Pflanzenölseife empfehlen. Und dann gibt es halt Pflanzenölseifen, da steht es dann auch hinten drauf, die haben dann ganz viel zum Beispiel Lorbeeröl drin oder solche Sachen. Die sind dann halt für sehr trockene Haut besser geeignet. Ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich über Jahre hinweg wahnsinnig zu kämpfen hatte mit trockener Haut und auch an Neurodermitis-Ansätzen. Seit ich Seife benutze, ist das alles weg. Gar nichts mehr. Was zur Haarpflege zu sagen ist, ist auch eben der Punkt, dass wenn ihr das Problem habt, dass ihr kalkhaltiges Wasser habt, müsstet ihr hinterher, nachdem ihr mit der Seife gewaschen habt, die Haare nochmal mit einer sogenannten sauren Rinse behandeln. Das heißt, ihr nehmt ungefähr einen Esslöffel Essig, am besten Apfelessig oder eben auch Zitronensaft und füllt es mit ungefähr 500 bis 750 Milliliter Wasser auf. Schüttelt das gut durch und spült eure Haare wie mit einer Spülung einfach damit durch. Und ihr könnt dann entweder die Spülung wieder ausspülen oder halt auch zum Teil drauf lassen, weil der Essiggeruch verschwindet innerhalb von Sekunden. Das ist tatsächlich so und die Haare werden wunderschön weich. Und ich möchte aber nochmal zu Bedenken geben, dass es so ein bisschen schwieriger ist, weil die Haare sich erstmal umstellen müssen. Wenn ihr auf Seife umsteigt, braucht der Körper und auch die Haare auch eine Weile, um damit klarzukommen. Das heißt, es kann halt sein, dass die Haare am Anfang entweder sehr, sehr fettig sind oder plötzlich anfangen zu schuppen etc. Und ich würde dann immer empfehlen, bei der Spülung mit der sauren Rinse ein bisschen zu variieren. Also sprich, je mehr saure Rinse ihr draufmacht, je mehr Essig, desto fettiger werden die Haare und je weniger, desto trockener werden sie. So, dann zum nächsten Punkt, das Zähneputzen. Das ist auch ein Thema, was mich sehr lange beschäftigt hat, weil ich festgestellt hatte, dass es schon sehr gewöhnungsbedürftig ist, plötzlich Zahnputztablotten oder Zahnputzpulver zu verwenden. Aber wie sagt man so schön bei der Clubmate? Mensch gewöhnt sich dran. Deswegen kann ich das echt nur empfehlen. Hat auch den Vorteil, dass, wenn ihr euch auf Reisen befindet, so eine Zahnputztablette, die nimmt keinen Platz weg, die kann nicht ausgedrückt werden, die läuft nicht aus und macht irgendwas dreckig oder kaputt und die braucht wirklich extrem wenig Platz. Und das ist eigentlich ganz cool, die dabei zu haben. Ich brauche im Prinzip nur ein bisschen Spucke oder ein bisschen Wasser und kann damit auch noch mal Wasser sparen. Was zu den Zahnbürsten zu sagen gibt, das ist auch ein schwieriges Thema. Also mittlerweile gibt es ja mehr Angebote mit Bürsten aus schnell nachwachsendem Bambus oder es gibt Bürsten mit Wechselköpfen. Was es noch gibt, ist ein sogenanntes Mieswack. Das ist von einem speziellen Baum, wo man dann die Rinde abmacht und das Ganze so ein bisschen auffieselt. Ich muss gestehen, mir ist dieses Mieswack zu weich. Also ich mag dann doch eine Zahnbürste haben, die so ein bisschen Kripp hat und das ist dann schwieriger, mit dem Mieswack umzusetzen, aus meiner Erfahrung heraus. Aber das ist Geschmackssache. Ich meine, es hat natürlich auch einen ganz speziellen Geschmack. Das müsst ihr einfach ausprobieren, ob euch das gefällt oder nicht. Der nächste Punkt ist Zahnseide. Da gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, Zahnseide in einer einfachen Umverpackung einfach und günstig zu kaufen. Ich zum Beispiel benutze nach wie vor Zahnseide-Sticks, weil ich die einfach sehr gerne mag. Die gibt es mittlerweile auch mit Bambus, wo ich jetzt noch nicht so begeistert bin, weil ich nicht herausfinden konnte, wo der Bambus wächst und wer dann da wieder darunter leiden muss oder was dafür verdrängt wird. Was ich mache, ist einfach, ich nehme diese Zahnseide-Sticks, hebe die auf nach der Benutzung und koche die einfach aus. So, dann kann ich sie wieder benutzen. Genau, dann Deos. Deos ist auch so ein Punkt, was mittlerweile nicht mehr nur in Plastikverpackungen etc. angeboten wird, die man hinterher einfach nicht mehr benutzen kann und auch nicht schlecht meistens auseinanderschrauben oder nochmal wiederverwenden kann. Es gibt jetzt mittlerweile welche in Papprollen. Bin ich auch nicht so begeistert, weil Pappe ja schließlich auch hergestellt werden muss. Oder sie gibt es in Gläsern und Döschen als Creme. Das kann ich sehr empfehlen, weil es natürlich den Vorteil hat, dass ich Gläser und Döschen hinterher natürlich wiederverwenden kann für alles mögliche andere oder eben auch, dass es dann schon advanced, Deocreme selber herstellen kann. Dann das Nächste ist Lotionen oder Cremes, die eben auch meistens in irgendwelchen großen Verpackungen sind. Ich kann empfehlen, dann so Körperbutter zu benutzen oder Bodymelds oder sowas ähnliches. Das gibt es noch nicht so oft, um gut zu kaufen. Auch besonders im unverpackten Bereich ist es sehr teuer, hält aber auf jeden Fall sehr viel länger. Ist aber auch gewöhnungsbedürftig, weil ich natürlich in diesen Bodybutter oder Bodymelds kaum Wasser enthalten habe und es damit natürlich nicht so einfach aufzubringen ist. Also ich empfehle dann immer, frisch nach dem Duschen, wenn der Körper noch warm ist, oder es halt einfach mit Wasser zu verdünnen. und dir aber vorher halt einen leichten Wasserfilm auf die Haut macht und es dann benutzt, wenn die Haut warm ist. Genau. Nochmal zurück zu dem Peeling. Letztes Jahr hat jemand sehr gut eingeworfen, dass man mit Kaffee sehr gute Peelings machen kann. Was noch geht, ist auch Reisbruch, den man auch relativ günstig bekommen kann. Da kann man auch hervorragend so Peelings herstellen. Dann was noch wichtig ist für mich zum Beispiel, ist auch, dass ich diese ganzen Wattepads zur Reinigung oder irgendwelche anderen Sachen, die man zur Reinigung normalerweise benutzt, irgendwie wiederverwenden kann. Und ich habe dann angefangen, die Dinge einfach zu häkeln und habe dann irgendwann festgestellt, dass es die auch tatsächlich jetzt überall in den Läden so kleine, runde, gehäkelte Wattepads gibt, um diese Reinigung verwendet werden können, die auch hervorragend wieder sauber geben, die ich einfach mit in die 60-Grad-Wäsche schmeiße und dann sind die hinterher wieder sauber. Das ist auch ein schönes Geschenk. Dann noch zu den Devices für Frauen zur Blutungszeit. Das gibt es mittlerweile auch wahnsinnig viele Angebote an wieder auswaschbaren Binden oder eben Tampons, die man tatsächlich wiederverwenden und auswaschen kann. Das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment eklig an und ich glaube, das ist für die meisten ein ziemlicher Schritt, dahin zu gehen und zu sagen, okay gut, ich nehme nichts, was ich einfach nur wegschmeiße, weil ihr euch vorstellen könnt, Binden und Tampons produzieren einen unglaublichen Müllberg. Das ist Wahnsinn. Was ich noch empfehlen kann, was so der erste Einstiegsschritt ist, vielleicht mal einen Mooncup auszuprobieren, also eine Mondtasse. Da gibt es verschiedene Produkte und ich empfehle es auf jeden Fall dann nochmal bei YouTube zu gucken, weil es da auch nochmal Anleitungen gibt, für welche Frau welcher Mooncup am besten geeignet ist. Da kann ich aber dann gerne in meinem Workshop, der morgen stattfindet, nochmal weiter darauf eingehen. So, dann bin ich erstmal mit dem Thema durch und würde dann einfach morgen in einem Workshop noch weiter vertiefen beziehungsweise weitere Fragen dann noch beantworten. So, der nächste große Topic ist dann Einkaufen und Essen. Also jetzt kommen wir zum Konsum. Was als erstes ganz, ganz wichtig ist an dem Punkt, ich habe so meine vier Sachen, die ich da immer mache und zwar das eine ist, ich plane vor, ich bereite vor, weil für mich wichtig ist, regional und saisonal einzukaufen. Also sprich, es kann halt dann einfach passieren, dass ich dann fünf Kohle Rosenkohl habe und den irgendwie verarbeiten muss. Deswegen ist es immer sinnvoll, vorher zu wissen, was hat der Bauer, bei dem ich zum Beispiel kaufe oder was gibt es im Supermarkt als nächstes, was ist gerade regional, was ist gerade saisonal, was kann ich gerade kaufen und was mache ich dann damit. Falls ihr unterwegs seid und dann eben Tee oder Kaffee to go kauft, kann ich halt empfehlen, es gibt mittlerweile Pfandbecher-Systeme, dass man einfach einen Pfandbecher oder einen Becher mitnimmt und den auch benutzt. Also das ist natürlich in Pandemiezeiten aufgrund der Vorschriften schwierig, gebe ich zu. Es gibt aber einige Supermärkte, also Bio-Supermärkte zum Beispiel, die eben so ein ganzes Pfandsystem haben und das mit anderen Teilen, wo ihr dann euren Becher dort abgeben könnt, der wird dann gespült und ihr kriegt als Ersatz einen neuen Becher und der Deckel wird nur noch weggeschmissen, was auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung ist. So, was ich noch empfehlen kann, man geht zum Bäcker und hat mal kurz Hunger und nimmt sich einen Snack mit. Und es ist immer eine Tüte und es wird natürlich immer groß erzählt, ja, sind jetzt alles Papiertüten, wir haben kein Plastik mehr. Papiertüten sind nicht wirklich besser als Plastiktüten. Wirklich. Die Produktion und das Ganze ist einfach blöd. Ich meine, was mache ich mit dem Ding? Deswegen, wenn ihr unterwegs seid, so eine Papptüte kann ich einfach ganz klein zusammenfalten und mir in die Hosentasche stecken. Und wenn ich irgendwo hingehe, kann ich sagen, bitte geben Sie es mir auf die Hand und dann kann ich es in meine Papptüte packen und die dann dementsprechend wiederverwenden. Also wir machen das schon eine ganze Weile und ich muss sagen, dass so eine Papptüte lässt sich locker zehn bis zwanzig Mal wiederverwenden und dann hat sie auch wirklich ihre Zeit um. Bei den Plastiktüten, die wir haben, machen wir das genauso. Wir verwenden die wirklich, solange es geht wieder. Und es ist tatsächlich so, dass wir unsere Mülltüte für den Restmüll, der dann doch noch irgendwie anfällt, tatsächlich auch schon seit, ich weiß gar nicht, seit einem Dreivierteljahr verwenden. Die wird halt einfach immer wieder ausgebeutelt. Es wird nichts Nasses in den Mülleimer geschmissen und die Sachen werden vorher einfach getrocknet und dann kann man die ohne Probleme auch wieder ausleeren. Dann kommt man eben an den Punkt, wo ich sage, so ja, unverpackte Lebensmittel kaufen ist natürlich an dem Punkt das Beste. Ich nehme meine Butter mit, dann kann ich die Sachen da reinpacken oder eine Box oder einfach nur eine Tüte, wo ich Nudeln reinpacken kann. Ich kann genau auswählen, wie viel ich brauche und wie viel ich nicht brauche. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Supermärkte mit Unverpacktständen. Es gibt mittlerweile sehr viele Unverpacktläden in ganz Deutschland. Tatsächlich. Es werden immer mehr. Es gibt eine Übersichtsseite, aber leider sind da noch nicht alle drauf, habe ich festgestellt. Muss ich mal gucken, dass ich denen mal schreibe. Ansonsten, wenn ihr auf dem Land wohnt oder irgendwo vorbeikommt, es gibt ganz oft Bauern, die gerne auch Direktverkauf machen. Also man fährt irgendwo vorbei und liest hier heute Erdbeeren im Angebot oder Spargel oder irgendwas. Dann kann man dort auch einfach mal was mitnehmen. Was ich noch sagen kann, so als Nebending ist, dass wir zum Beispiel an Weihnachten gar kein Geschenkpapier mehr verwenden, wenn es sich vermeiden lässt, sondern wir haben unsere Geschenktüten, auch für Geburtstage etc. Die wandern dann einfach in der Verwandtschaft rum oder werden immer weitergegeben. Und man kann die oben zubinden, dann sieht das Kind zum Beispiel nicht, was drin ist. Und ich habe eine nachhaltige Alternative zu diesem Geschenkpapier. Wahnsinn. Was ist mir noch wichtig an dem Punkt? Mülltrennung. Also wirklich, ich stelle immer wieder fest, wenn ich irgendwo neu zu arbeiten anfange oder neu irgendwo hinkomme, in ein Haus komme, die Leute sind nicht in der Lage, den Müll zu trennen. Und Mülltrennung ist einfach wahnsinnig wichtig, weil tatsächlich nur dann, wenn der Müll ordentlich getrennt wurde, der auch zum Beispiel recycelt werden kann. Wenn es nicht ordentlich getrennt wird, kann es nicht recycelt werden. Es gibt zum Beispiel im Bioladen Joghurtbecher, die ich zerlegen kann, wo ich nur noch eine ganz leichte Plastikumverpackung habe und der Rest ist schon Pappe. Und das ist natürlich sinnvoll, die beiden Sachen zu trennen und die nicht einfach so in den Müll zu schmeißen. So, dann Essen und Kochen. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, regional und saisonal. Und ich kann halt empfehlen, tatsächlich sich zu überlegen, für wie viele Leute koche ich denn? Koche ich schon vor für diese Woche? Wenn ich ins Büro fahren muss oder wenn ich unterwegs bin auf Reisen, dann kann ich mir ja vorher schon überlegen, was brauche ich denn auf jeden Fall? Was kann ich mitnehmen? Dann habe ich vielleicht eine leichte Plastikbox, die ich immer wieder verwende und die ich dann einfach immer wieder füllen kann mit Neuem auch unterwegs. Andere Sachen sind halt, wenn ich zu viel gekocht habe, dann vielleicht einfach mal zu gucken, was ist denn mit meinen Nachbarn? Vielleicht mögen die noch was? Vielleicht kann ich da was abgeben oder wir tauschen. Oder ich kann Sachen einfach auch einfrieren. Oder ich kann sie anders haltbar machen, indem ich sie einkoche. Also zum Beispiel Obst als Marmelade, das ist viel leichter, als ihr euch vorstellen könnt. Was ich verwende zum Transportieren, wenn es egal ist, ob es schwer oder leicht ist, sind zum Beispiel Schraubgläser, weil die sich halt sehr gut aufheben und vor allen Dingen sehr, sehr gut reinigen lassen, ohne dass ich einen Rückstand an Geruch oder Geschmack habe. Was noch ganz wichtig ist bei dieser ganzen Ernährungsgeschichte, was natürlich ständig ihr zu hören kriegt, weniger Fleisch essen. Ich sage es jetzt einfach nur so und halte mich mal zurück und sage nichts weiter dazu. Was ich zum Beispiel auch mache, ist, wenn sich es nicht vermeiden lässt, wenn ich irgendwo hingehe und möchte was zu essen haben und ich muss es holen, weil ich ganz schnell wieder zurück an den Schreibtisch muss oder sonst irgendwas, wenn ich dann diese in Plastik eingepackten Sachen bekomme, dann verwende ich den Behälter wieder. Kann man zum Beispiel zum Einfrieren verwenden oder sonst irgendwas. Was nochmal zurück zu den Mitteln, die ich vorher genannt habe, weil ich noch gar nichts zu Natron gesagt habe. Natron verwende ich zum Beispiel, um Säuren zu neutralisieren in Lebensmitteln. Also wenn ihr zum Beispiel Rhabarberkompott kocht, der ist ja normalerweise sehr sauer. Das heißt, ich brauche auch extrem viel Zucker dafür. Das ist natürlich doof, weil der Zuckerverbrauch steigt und ich natürlich wieder mehr Ressourcen brauche. Wenn ich aber ein bisschen was von dem Natron da rein tue, ein kleiner Löffel, dann habe ich einen milderen Geschmack und ich brauche einfach weniger Zucker. Und auch, wenn ich zu viel Essig irgendwo reingekippt habe oder zu viel Zitronensaft, dann kann ich das ebenso mit Natron neutralisieren, mit relativ wenig. Ist ein Pulver, wollte ich nur dazu sagen. So, was noch mir wichtig ist oder warum man leicht was machen kann, wenn es um Kleidung und Konsumgüter geht. Also sprich, es ist wichtig zu wissen, ich muss bewusst konsumieren. Also sprich, was brauche ich wirklich? Dann bin ich wieder an diesem Punkt, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich muss mir genau überlegen, was brauche ich denn eigentlich? Also wenn ich irgendwo bin und da gibt es jetzt irgendwie ein Schnäppchen, dann sich nochmal zurücknehmen und sich wirklich überlegen, brauche ich das wirklich? Ist das eine Sache, die ich unbedingt kaufen muss oder brauche ich das gar nicht? Also, wenn ich zum Beispiel sage, ja, okay, ich brauche jetzt ein neues T-Shirt, wie zum Beispiel meine Kinder, die brauchen dann wieder größere Sachen, weil sie wachsen. Dann mein Sohn bedient sich tatsächlich, aber im Kleiderschrank. Also er klaut meine Sea-Base-T-Shirts etc. und so weiter. Ich sage jetzt mal so lapidar klaut, aber wir tauschen halt einfach T-Shirts. T-Shirts, die ihm dann zu klein werden, ziehe ich wieder an. Und so kann man sich einfach auch nach gebrauchtem umsehen. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehen muss und eine wichtige Veranstaltung habe und ich brauche einen Anzug oder ein tolles Kleid, sowas kann man auch hervorragend ausleihen. Man muss sich dann dafür jetzt nicht ein neues Kleid oder einen neuen Anzug kaufen. Es gibt genug, zum Beispiel auch bei Film-Catering und in den Film-Ausstattern oder so, wo man sich Sachen ausleihen kann. Wenn ich einkaufen gehe, schreibe ich mir vorher immer so eine Wunschliste. Also ich mache mir wirklich eine Liste und gehe gezielt nach diesen Dingen, die ich unbedingt brauche einkaufen. Und ich weiche davon, wenn es geht, nicht ab. Und wenn ich was anziehe und ich bin nicht 100% überzeugt, nein, 200% überzeugt, das ist die perfekte Hose oder das ist das perfekte Oberteil oder das ist genau die Socke, die ich gesucht habe, dann kaufe ich es nicht. Also wirklich zu sagen, nein, brauche ich es wirklich, will ich es wirklich anziehen, ansonsten lasse ich es. Und ja, ich weiß, dass Kaufen glücklich macht. Und so nach Hause zu kommen und zu sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt irgendwie ganz toll was geshoppt. Verstehe ich. Aber glücklich sein kann man auch durch was Immaterielles erzeugen. Zum Beispiel, ich gehe ins Theater, ich gehe in die Sauna. Jetzt haben sie ja wieder offen. Genau. Was ich noch empfehlen kann, ist Barzahlen, weil mit Karte zahlen auf jeden Fall zu mir Geldausgabe verführt. Also wenn ich losgehe und sage, okay, ich möchte das und das kaufen, das kostet 100 Euro, ich nehme 100 Euro mit, dann kann ich natürlich nichts weiter kaufen, weil ich nur diese 100 Euro dabei habe. Was ich noch ans Herz legen möchte, natürlich zu gucken, dass es halt ökologische und ethisch produzierte Produkte sind. Und ja, ich weiß, die sind viel, viel teurer. Ich würde es trotzdem empfehlen. Ansonsten mache ich immer einen sogenannten Kaufnickstag, einmal im Monat. Und dann kann man ganz gut feststellen, was man sonst immer alles für Sachen kauft, die man gar nicht braucht. Was ich noch mache, ist auf jeden Fall gebrauchte Kleidung weiterzugeben. Also sprich, wenn ich merke, okay, ich habe hier was in der Kiste, das habe ich seit fünf Jahren nicht mehr angehabt, da werde ich auch nie wieder reinpassen, dann frage ich die Verwandtschaft, die Bekanntschaft oder man guckt bei Nachbarschaftsplattformen oder Kleinanzeigen inserieren, die Sachen. Ansonsten kann ich empfehlen, bei Kleiderkammern nachzufragen beziehungsweise auf deren Webseite zu gucken, was die gerade schreiben, was sie brauchen. Das ist mittlerweile so, dass Hilfsorganisationen und Kleiderklammern eben schreiben, so hallo, wir brauchen gerade das, das und das. Manchmal hat man es dann einfach da und kann es dann teilweise auch abholen lassen. Genau. Was noch ein wichtiger Punkt ist bei dieser Kleidungsgeschichte ist, auf die Reinheit der Stoffe achten. Das Problem ist, dass sich gemischte Stoffe schwer trennen lassen und somit entweder gar nicht oder nur unter sehr hohen Aufwand recycelt werden können. Das ist natürlich ein Problem. Wenn ich dann da sitze und wenn ich es nicht recyceln kann, landet es dann, wie man gerade gelernt hat, in Chile, in der Wüste, irgendwo und keiner kann was damit anfangen. So. Genau. Die ganze Geschichte ist jetzt kein Wettbewerb, sondern es geht wirklich dazu, einen Prozess anzufangen. Also sprich, sich zu überlegen, was kann ich von diesen einfachen Sachen umsetzen, was kann ich mal ausprobieren, gucken, wie man damit klarkommt und einfach schauen, dass man immer einen Schritt nach dem anderen geht. Ich weiß, das ist ein Konsumverzicht und ich hatte dafür viele Jahre Zeit, habe sehr früh damit angefangen und bin einen Step nach dem anderen gegangen. Und es ist natürlich auch Verzicht auf unsere bisherige Bequemlichkeit. Wenn ich einen Topf habe, der dreckig ist und ich muss den einweichen und immer wieder neu putzen, dann dauert das halt einfach länger. Na ja, aber wie gesagt, fangt einfach an und findet für euch raus, was für euch umsetzbar ist und was nicht. Genau. Und jetzt könnt ihr gerne noch Fragen stellen und ansonsten möchte ich noch auf meinen Workshop verweisen, der eben morgen um 13.30 Uhr stattfindet, Everyday for Future, wo man nochmal genauer einen Austausch machen kann mit viel mehr Menschen, die gerne möchten, Fragen haben, Ideen haben. Ich bin immer offen für tolle neue Ideen, wo man dann nochmal auch Themen vertiefen kann. Genau. Ja, vielen Dank, Atoll. Eine Frage aus dem Internet. Kostet nachhaltiges Leben mehr Geld? Jein. Also ich muss so klar sagen, Jein. Also im Prinzip nein. Wenn ich die ersten Schritte gehe, also wenn ich zum Beispiel statt diesen ganzen Reinigern, die ich kaufe, Seife benutze oder diese einfachen Sachen benutze, spare ich auf jeden Fall Geld. Das ist ganz klar. Wenn ich aber zum Beispiel ein Bodymeld kaufe statt eine Lotion, dann zahle ich dafür mehr Geld. Also ich würde im Endeffekt sagen, dass es sich wahrscheinlich ausgleicht. Dann hat uns noch eine Frage aus dem Internet erreicht. Bringt es etwas, seinen Müll, bevor man ihn in die Plastiktonne schmeißt, auszuspülen? Nein, tatsächlich nicht. Also es ist tatsächlich so, dass die Entsorger darauf hinweisen, dass sie eher Probleme haben, wenn sie die Sachen ausgespült bekommen. Insofern, weil dann noch Spülmittelreste daran haften. Und damit sind die Sachen nicht mehr rein und nicht mehr so einfach zu bearbeiten. Also soweit ich jetzt die Entsorger verstanden habe, weil sie sich nachgefragt habe, hieß es, dass sie das zwar schon auch reinigen, aber sie am liebsten trockene Sachen haben, die einfach nur leicht mit kaltem Wasser oder mit klarem Wasser gereinigt wurden und nicht mit Spülmittel. Dann noch eine Frage, die vielleicht etwas komplexer ist. Wir haben ja eine neue Bundesregierung bekommen, wo auch die Grünen aktiv sind. Was versprichst du dir von unserer neuen Regierung in den nächsten vier Jahren zu deinem Topic? Wow. Also ganz ehrlich, es sind Politiker. Was erwartet ihr? Sorry, aber für mich ist es einfach das Ding, ich mache mein Ding und versuche einfach so viel, wie es geht, für mich zu machen und das weiterzugeben. Mehr kann ich nicht tun. und das ist das, was für mich wichtig ist und ob die Politiker jetzt darauf anspringen oder nicht, keine Ahnung. Okay, gut. Dann war noch eine Frage, die ganz uninteressant ist. Ist nachhaltiges Leben zeitaufwendiger? Ja, würde ich schon sagen. Das auf jeden Fall. Also das ist es auf jeden Fall. Ich muss mir schon überlegen, was ich tue. Ich meine, ihr bekommt natürlich nach einer Zeit eine gewisse Routine. Wenn ich erst mal angefangen habe, saisonal und regional zu leben und wirklich auch weiß, bei welchem Bauern kaufe ich was ein, in welchem Laden bekomme ich was und das auch mit meinen Wegen verknüpft habe. Also wenn ich weiß, wenn ich abends nach der Arbeit mit dem Fahrrad da und da vorbeifahre und einen kleinen Schlenker mache, dann kann ich bei den Bauern noch Eier holen. Zum Beispiel. Wenn ich das einfach weiß und begreife, dass diese Zeit, die ich dafür aufwende, ja auch was von, wie soll ich mich ausdrücken, das hat ja auch was von Zen. Also wenn ich ein Stück weit mit dem Fahrrad mehr fahren muss oder wenn ich ein Stück weiter laufen muss, das ist auf jeden Fall meiner Gesundheit zuträglich. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, lerne ich Struktur, was auf jeden Fall vorteilhaft sein kann. Also ich sehe es im Endeffekt, vielleicht brauche ich mehr Zeit, aber die Zeit im Endeffekt kommt mir zugute. Okay. Vielen Dank, Atoll. Du hast morgen an Tag 4 noch einen Workshop, wo wir den Raum noch bekannt geben werden, rechtzeitig. Du ihn über deine Kanäle verteilen kannst, wir machen das auch. Der Workshop von Atoll findet morgen um 13.30 Uhr statt. Es wird eine BBB- oder Jitsi-Session werden. Genaues werden wir noch bekannt geben. Hier geht es weiter um 13 Uhr mit dem Fahrplan-Topic. Da wird halt Unterstützung gesucht und ein bisschen erklärt, wie der Fahrplan zustande kommt. Und bis dahin machen wir Pause. Und ja, thanks for watching und stay tuned. Bis gleich. Tschüss. Everything is licensed under CC by 4.0 and it is all for the community. To download. For every bot.